Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Blacklight Retribution und ich suche mir schon gleich einen schönen Raum. Ah guck, Halo Deck. Ich habe ein bisschen die Waffen um, ähm, ich habe mir neue Sachen gekauft und, also so eine Pre-Made-Waffe habe ich mir gekauft. Und die andere habe ich ein bisschen angepasst, die ist aber ziemlich cool. Und ich habe gemerkt, ich sollte mit manchen Waffen wesentlich mehr anvisieren. Ich hätte das gedacht, das ist wesentlich besser. Das war's wirklich richtig scheiße. Oh shit, Alter. Dann habe ich erstmal mega die GIF-Ladung... Ja, scheiße. Mega die GIF-Ladung abgeschrieben. So, nu aber. War ja gar nicht... War ja noch am Quaken. So, jetzt geht er los hier. Jetzt mal bloß, wo die Spaß die sind. Ach so, ist das... Läuft das? So, den habe ich aber jetzt. Eben neues Leben, nur. Schnell. Oh, das hört sich... Was war das denn? Wurfsterne, die explosieren. Oh, ich gehe mal nach oben. Oh. Oh, ich gehe mal nach oben. Oh, ich gehe mal nach oben. Besser. Das tu ich mir immer wieder ein bisschen schwer am Anfang. Oh, da wird ja noch. Oh nein, dann läuft da auch einer. Oh, 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 Jungs. Oh, oh, oh. Mein Herz ist richtig. So. Die sind dann abgesteilt. Ah, der ist natürlich tot. Ist klar. Ja, ich lass mich messern von dem. Ist ja wohl ein Scherz jetzt. Ich nehm mal die Max Rifle. Das ist ne Prima-Waffe. Kann man so im Shop kriegen. Kostet irgendwie 1800 GP oder so. Also, In-Game-Spiel, gell? Kann man auch permanent für Sennen kaufen. Das ist das hier. Also, für richtiges Geld. Dauerhaft. So, die Stöcher. Warte, warte mal, was ich nicht mehr loswerden will. Na, na? Leute, der hat sich aber gefeiert, wie der sich gebeamt hat. Was war das denn? Oh, oh, 2,5. Das ist für mich aber richtig scheiße. Das ist Stardews. Oh Gott, das war ne schlechte Runde. Ich hoffe, die nächste wird besser. Habe ich denn einen hohen Ping oder so? 53. Die anderen haben so einen hohen Ping. Das ist Stardews. 300, 200, 100. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Also, ich kann euch das Loadout mal zeigen. Ups. Habe doch. Ne, Customization. Guck. Guck. Das ist mein... ...auf dem ersten Platz. Und das ist die Premade-Waffe. Aircom Max Collector Kit. Und... Sieht halt so ein bisschen aus wie eine M4-A4 mit Visier. Und das andere, das ist... Ja, ist auch so ein M4-A. So, mit linker, aber mit rechter. Ist das M4-A4-Verschnitt, aber mit nem schönen Chalder drauf. Und jetzt geht das, glaube ich, auch gleich weiter. Und ich hoffe, dass jetzt... Jetzt wird das gleich ein 116er Ping, Alter. Was ist da denn los? Das ist strange. Das wundert mich jetzt aber auch. So. Das ist dann eben wieder Helodeck, wa? Luft. Ah, schon. Luft. Luft. Ist wirklich nicht so reingekockt. So geht das denn. Und eine leckt er sich da hin und her. Ey, das wär der Wahnsinn. So. Ach, dann wird man schon hinten. Warte. Ich zieh da richtig drauf, ey. Ey, was hat der bitte für... 72, Alter. Wir haben den falschen Server. Kann ich ja nicht. Muss ja EU sein. Nicht mit dem Account drauf spielen. Oh Gott. Alter. Benjos. Ist gerade... Wir müssen am Ende nicht sagen. Höfe. 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 'll. Uhhh. Oh Gott. Genau dann sp aument sie aus. Hauuuuh. Jungs, wir müssen mal ein... Wo ist das, steht der denn schon? So, am I just in a rush in the eye of some company? I'm going to go back. Does it sound like you are going to two hits? Ja, dann krieg ich den nicht, weil der so behindert hinter den Säulen ist, ja, weil... ...wär aber nicht wahr sein. Wie die Sponsor läuft jetzt hier. Uh, das war ein schneller Kill. So, dann gehen wir auf. Das ist auch weg. Warum bin ich denn da hin? Ja, genau, dann ist da so eine blöde... ...Stun-Diener. Da fliegt er doch gegen diesen kleinen Rad, da. Dieser Banjo ist schon krass. Das ist auch weg. So. Oh. Jetzt läuft das ja wenigstens ein bisschen besser. Ich bin so am Flamen, Alter. Und ich werd hier gespawn-raised, ey. Das ist ein Kack. Ich werd nur in einen anderen Raum gehen, ey. Mein Gott, ey. Auch noch ein Flamen. Ich versteh das sowieso nicht. Das bringt sowieso nix. Soll ich dir... ...soll ich dir... ...soll ich dir die anderen stellen? Soll ich dir nicht. Das ist ein fieses Teil natürlich, ey. Soll ich euch das... Was kann ja wohl nicht wahr sein... Oh, na... ...wass du was zu tun... ...und du dir weißt... ...und du dir... ...und du... ...und du dir meinst... ...und du dir... ...und du dir mal... ...und du dir... ...und du du... ...und du... ...und du... Jo nice, die Runde lief auf jeden Fall besser Oh Gott, oh Gott, schnell aus dem Raum raus Ein paar Rewards gekriegt So, machen wir ihn raus hier Mein Gott, ey Nur im Heulen Nur am Rumheulen Spiel Metro Ja, spielen wir eine Runde Metro So, wir gehen So, wir gehen So So Das waren 52, das ist schon ein bisschen angenehmer Das gibt schon so viel Länge Ach komm schon Das ist schon so gut Scheiße, dann treffe ich dich nicht einmal, so eine Kacke. Ich habe 5 zweit. Oh, ich kann nicht mehr weit werden. Uh, war aber richtig schön saftig. Oh, den habe ich nicht gesehen. Scheiße, Mann. Da ist noch einer. Bats, Junge. Double kill. Lüff. Lüff. Scheiße. Ach, da sind auch noch zwei, ey. Lüff. 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 Nice Oh, ich hab da, hab ich nochmal die Flag returnt. Wie man sieht, ist das ja Capture the Flag. Oh, ich bin erschrocken. Diese orangenen Schrift, das ist sofort alles. Jo, Victory. Eine Runde geht noch, eine Runde geht noch. Oh, Torfgefecht. So, aktiviert. Dann hab ich meinen Loadout, ich will nach ihm vielleicht nicht den dicken Muscle Aim, ne? Der sollte reichen. Der sollte besser sein. Der Dicke, der gibt mir zu viel, weiß ich nicht, also zu viel, viel, der Sprayer hört sich zu viel. Ich denke, dass der besser läuft. Objektiv, secure and update Network Mesh now. So. Puh, das ist Domination. Ach, da treffe ich jetzt mal gar nichts. So, zwei. Oh, den hab ich aber richtig gegeben, ne? Oh, da haben die drei Leute, hatten mich im Visier. Scheiße, Alter. Oh, oh, die Dominierin. Och, Gott, da treffe ich nicht einen Schuss, der in der Arsch. Ups, ich wollte mein Loadout nicht schenken. Wie viel, wie viel Pumpe geht's? Sie, sie sehen wir hier nirgendwo, oder? Oh, ich blende. Oh, hier ist einfach Zeit, wenn wir dann mehr zum Punkt haben. Ja, genau, ich zieh voll auf den Traum. Ja, das kann ich eigentlich nicht. Rufen. 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 What the shit, Alter. Ja, komm, Alter. Nee, wir müssen noch rein, Lolli. Alter, wie viel Schuss man hier braucht. Was ist denn hier los? So, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber irgendwie läuft das gerade nicht so rund wie die anderen haben. So, jetzt hätten wir immer eins hier, ne? Putz. Wo sinds, wo sinds, wo sinds, wo sinds, wo sinds. Fuck. Nein. Oh! Alter, den habe ich richtig eingegeben. Hätte ich ein bisschen mehr AP gehabt, wäre er weg gewesen. Stricher, ey. Oh, Alter. Oh, der hat aber mega einen am Griff. Oh, scheiße. Da bin ich gesandwiched. Oh, fuck. Ach, f***. Nein, nein, nein. Ja, weg! Ach, Mann, Alter. Ach, wir haben schon gleich verloren. Nice. Wie viel geht es denn? Tausend, oder? Ich sehe aus. Ach, komm. Ey. Was ist das hier? Sind ich dumm auf... Alter, die sind alle richtig... Eins, sechs, eins, elf... Fünfund... ...dreißig, drei, ey. Alter, shit. Habe ich am Anfang nochmal gekillt, oder ne? The f***. Diff. Ach. Ja, das wäre wohl jetzt ein Scherz. Oh, oh, oh. Diese Runde läuft nicht. Scheiße. Mal wieder wahren, bis... ...server... Alter, ich weiß nicht, ob der so legend ist, ey. Der drückt echt so krass. Hundert, ja. Gleich mal auf den Geschossen, Alter. Wieso? Ach, so ist das. Ja, das Team ist doch echt so... ...der Hammer. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. War zwar jetzt nicht so eine geile Runde für mich, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Das war ein bisschen S1-2.